Hallo, ich bin die Conny und ich bin der Jürgen. Wir sind von ZUPLUS und wir besuchen heute den Tierschutz Austria in Vösendorf, um mehr über den Arbeitsalltag eines Tierpflegers zu lernen. Wir sind hier im Tierschutzhaus in Vösendorf. Das ist das größte Tierheim Österreichs. Wir versorgen im Jahr über 4.500 Tiere, davon natürlich viele Haustiere, aber auch Wildtiere und sogenannte exotische Tiere. Und wir sind dafür bekannt, dass wir für jedes Tier eigentlich eine Lösung finden und uns gut um alle kümmern können. Aktuell haben wir ca. 1700 Tiere bei uns. Das sind ca. 220 Hunde, gut 300 Katzen. Und der restliche Teil sind vor allem viele Kleintiere und exotische Tiere, aber auch sogenannte Nutztiere, die bei uns zu finden sind. Also Tierschutz Austria gibt es schon 177 Jahre lang. Den Standort, wo wir jetzt sind, sind wir seit 25 Jahren. Wir versorgen hier über 4.500 Tiere im Jahr. Das Thema Tierschutz wird einfach auch deutlich größer und auch wir haben jedes Jahr noch mehr zu tun. Also am besten, wir sind acht Leute. Vielleicht teilen wir uns in zwei Gruppen. Das wäre, glaube ich, das Allergscheiteste. Meine Funktion ist die Stallleitung im Kleintierhaus. Das heißt, ich bin eigentlich für alles zuständig, was nicht Hund und Katze ist. Also ihr könnt gerne das raustragen zu den großen Schweinen. Wirklich mit zwei Händen überall verteilen. Sie ist die schwerste und größte von denen und sonst kriegt sie den Großteil. Und bitte nicht in den Gatsch da schmeißen, eher weiter nach hinten. Wir haben sehr, sehr viele Nutztiere, also ehemalige Nutztiere. Die kommen auf die verschiedensten Wege zu uns. Zum einen einfach, weil eine Person nicht mehr das Geld dafür hat, die Tiere bei sich zu behalten. Oder weil die Leute die Tiere auf Pachtgründen halten und dann wird ihnen dieser Pachtgrund weggenommen. Dann wohin mit die Tiere? Wir haben aber auch zum Beispiel Schweine, die aus dem Labor sind. Also Labortiere, wie zum Beispiel auch der Merlin, das große Schwein da hinten. Der hat auch bei uns zum ersten Mal zum Beispiel Sonne auf seiner Haut gespürt und Dreck unter seinen Füßen. Dann haben wir natürlich leider auch immer wieder schlechte Haltung, wo wir dann hinkommen und sagen, okay, die Tiere können dort nicht mehr gehalten werden. Also zum Beispiel auf Bauernhöfen oder Landwirtschaften? Bauernhöfe, ganz genau. Zum Beispiel einige dieser Ziegen, die jetzt da bei uns hinten sind, wurden angeleint, in einem Stall gehalten, wo sie nicht einmal andere Ziegen sehen konnten. Und laut Tierschutzgesetz muss zumindest Augenkontakt zu einer anderen Ziege sein, dass es überhaupt okay ist für das Tier. Also da gab es schon ganz viele schiere Fälle und solche Tiere kommen dann natürlich auch zu uns. Ich konnte bei der Fütterungsvorbereitung mithelfen, Tiere selbst füttern und dann auch nachher die Gehege sauber machen und einfach die Tiere fertig für den Tag machen. Besonders Spaß gemacht hat mir die Tiere zu beobachten, wie sie neugierig aufs Fütter waren und einfach einen Arbeitsalltag mitzubekommen. Wir konnten einen sehr guten Einblick gewinnen und die härtere Arbeit, die Stahlarbeit, konnten die anderen Kollegen übernehmen. Besonders anstrengend fand ich, glaube ich, das Boxen ausmisten. Wir haben das zwar zu dritt gemacht, aber ich glaube, alleine ist das schon eine ganz schöne Arbeit, wenn man das jeden Tag machen muss. Ich habe gedacht, es wären hauptsächlich Hunde und Katzen und vielleicht ein paar Kleintiere da, aber tatsächlich hatte das Tierschutzhaus auch ganz viele andere Tiere, zum Beispiel Affen, Krokodile und Papageien und also so exotische Tiere da. Die habe ich hier nicht erwartet. Bei der Fütterung gibt es natürlich zu beachten, dass auch jeder sein spezielles Futter bekommt. Wir haben einen Kater drinnen, der darf nur nie ihren Futter fressen. Das habe ich jetzt gerade dahergerichtet. Und die anderen dürfen eigentlich alles essen. Die sitzen dann eh alle vor ihren Schüsseln und fressen brav alles auf. Guten Morgen, Giuseppe. So, der Giuseppe ist der Einzige, der nur das essen darf. Guten Morgen, Kinder. Ich bin jetzt seit vier Jahren da. Eine Gruppe war da, ist eine Dame verstorben. Die hat insgesamt 17 Katzen gehabt. In einem Haus? Nein, in einem Haus mit Garten. Und eben eine behördliche Abnahme von 33 Katzen in einer Wohnung. Gesundheit. Gesundheit. Seit letztem Jahr spüren wir einfach ganz stark auch die Inflation. Wir sehen das an den ausgesetzten Tieren, gerade auch exotische Tiere, die häufiger ausgesetzt werden. Aber auch die Menschen kommen zu uns und sagen uns, wir können es uns einfach nicht mehr leisten. Die Tierarztrechnung, das ist zu viel. Aktuell ist es halt wirklich so, dass wir sehr viele Abgabenkatzen haben. Das meiste ist aus Zeitgründen. Es gibt aber auch viele Leute, die das halt offen und ehrlich sagen, dass sie sich die tierärztliche Versorgung oder halt eben auch die Kosten vom Futter nicht leisten können. Meine Einstellung zum Tierschutz hat sich heute auf jeden Fall geändert. Wir haben gesehen, wie viel Arbeit es ist, auch täglich alles vorzubereiten. Und einfach auch für die Tiere da zu sein und so tatkräftig mitzuhelfen. Ich persönlich glaube, dass der Einblick ins Tierschutzhaus mich dazu gebracht hat, mich jetzt mehr damit beschäftigen zu wollen, vielleicht selber mehr spenden zu wollen, mich vielleicht selber als Tierpartin anmelden zu wollen. Also es hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jeder kann so unterstützen, wie es seine Möglichkeiten und Ressourcen auch zulassen. Es gibt natürlich die klassische Möglichkeit, Geldspenden zu tätigen. Das hilft uns enorm und damit sind wir auch sehr flexibel. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Sachspenden vorbeizubringen, Tierfutter, Geschirr oder auch Spielzeug für die Tiere. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ich meine Zeit spenden möchte, zum Beispiel auch als Betreuungsparte bei uns zu arbeiten und regelmäßig mit den Hunden spazieren zu gehen, mit ihnen zu trainieren und so auch ihr Sozialverhalten zu verbessern und wieder ihr Vertrauen in die Menschen zurückzugewinnen. Wir sind jetzt am Ende unseres Erlebnistags bei Tierschutz Austria angekommen. Wir bedanken uns bei unseren ZuseherInnen und hoffen, dass wir euch einen guten Einblick hinter die Kulissen des Tierheims geben konnten. Außerdem unterstützt SUPLUS Tierheime wie dieses mit Bonuspunkte-Spenden und anderen Aktionen. Weitere Infos hierzu findet ihr unter dem Link in der Beschreibung. Vielen Dank! Du siehst, Baba! Du siehst, Baba! Untertitelung des ZDF, 2020